Silvan, du bist der wertvollste Rechtsverteidiger U18 auf der ganzen Welt. Das ist super. Das habe ich das erste Mal gehört. Ich habe es nicht genau gewusst. Aber es freut mich natürlich sehr. Gibt er dir jetzt vielleicht etwas Energie für morgen? Oder noch mehr? Ja, danke für die Energie. Wie hast du das Gefühl, wohin zieht es dir? Wohin geht es dir mit dir? Im Moment bin ich ja beim Bissan-Galunter-Vertrag und mir gefällt es dir sehr. Natürlich habe ich auch in Zukunft höhere Ziele, die ich gerne verwirklichen würde. Und die Bundesliga interessiert mich sehr, aber auch die Premier League. Ob es dann mal so weit kommt, werden wir sehen. Aber das ist natürlich auch ein Ziel. Danke dir. Danke dir.